Also noch einmal, Braunschweig Musikfestival, das ist der Geige Mike, der Mike mit der Geige. Jetzt habe ich gedacht, ich mache mal ein YouTube-Video für euch. Und ich habe mal ein bisschen Zeit, das ist also eine schöne Gegend in Braunschweig. Das ist so umgeben von Hügel und so. Und halte frei, also Openair. Das ist die Bühne da, da wird es dann losgehen um drei, glaube ich. Da geht die Post ab. Und alles ist leer da noch, ist ja klar. Aber auf jeden Fall geht es da ab, da wieder mit der Post. Da ist alles geboten. Das ist eine spezielle Organisation. Also bis zum höchsten Grad. Und die Landschaft ganz oben. Also ringsum, 63 Grad ist alles voll belarrt. Musik, wenn da los geht, das muss so laut sein, da brauchst du auch einen Pax. Auf jeden Fall ist das da eine schöne Show. Da geht es ab. Und in der Show kommen, eineinhalb Stunden, zwei Stunden vorhanden. Und dann muss man halt sehen, wie das alles abgeht. Und ich werde auch schon auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall gute Musik. Kantor Musik. Und dann wird es ab. Ja, umn. « NEXT nano.» Hallo? Ja, kommd Telefon. Hallo. Da liegt alles zum Careful. Wir sind ja da ganz Wennеры,. Ich muss noch eine halbe Stunde laden bis ich daher kommt. Aber amended Pregenfall wirst du ja nicht losgehen. Ja. Also ich congress mal aufsteilen. Und das ist Video Nummer 1 vom Beimarkt. Musikfestivalen Ja, wohl Bis zum nächsten Mal, ne? Halligalli, geigen, mate